so leute ich habe es ja gesagt es gibt wieder neue wie works missionen nach diesem update das wäre einmal ein blanketon da 23 red of blitz 30 wie wix und die haben es voll auch so geändert dass man direkt auch noch reiner regentropfen dazu bekommt anstatt noch dass das so bleibt mit mon tickets oder sind die montags ja kriegst du ja noch mal reiner regentropfen dazu ja das ist doch schön dann in so ein pieks da reite auf dem blitz 40 wie wax sturm schlitter gibt es dazu montag des augen augen schumpft auch dabei doch das wäre es dazu und nach einer kleinen information am rande es gibt eine neue auftragsreihe schulig ausgenockter ist sie eine auftragsreihe die oder man neuen helden bekommt legendären ja aber es ist kein soldat es ist ein konstrukte dann kann man glaube ich sogar in der sammlung gold nox gold nox eine anspielung auf den battle pass so noch den an muss macht der bullen sturm lässt je nach 1 lässt nach je ein zurückgelegene kacheln eine mine fallen die ausgelöste mine verursacht 110 für sich grundschaden in einem radius von 0,5 kacheln das hört sich sehr interessant an eine mine wird fallen gelassen wenn er der bullen sturm macht auch nicht schlecht ja und als kommandant halt genau das gleiche nur dass der schaden 275 schaden macht okay wenn man gerne konstrukteur mit bullen sturm spielt ist das glaube ich genau das richtige und dann kann man sich eigentlich noch ich habe in den links habe ich gesehen es gibt 200 neue waffen sie dabei ja es ist dass der ausfeger kennt man aus petrol die diese neue schar schützengewehr aus kapitel 2 season 1 ist glaube ich auch nicht mehr drin wird kommt jetzt nach rettet die welt also sieht schon mal ganz köstlich aus okay magazin ist 1 wird wahrscheinlich wie die verheerer sein aber nur ein bisschen schwächer denke ich mal die reichweite ist auch so wie der bumm bogen es ist für datenbeschaffung ziemlich nice nach der ladegeschwindigkeit ist drei sekunden ja okay geht eigentlich sind es gibt noch einer aber wo ist die müsste eigentlich auch unter spina waffen sein das war dieser annäherungsgranatenwerfer stehen jetzt hinde vielleicht irgendwie unter militärwaffen ne ne neonwaffen auch nicht windertech auch nicht beim räuberwaffen auch nicht ich guck mal schnell alles durch steinschloss nein nein auch nicht er kann das nicht sein da habe ich schon mal was eingeklebt ne lässt sich nicht finden schade aber er ist auf jeden fall in den leaks war der dabei das heißt dann kommt er wahrscheinlich noch mal durch ein update noch mal wird er genau rein gebracht ansonsten so war mit spinat es gibt es ja der aufsteiger kommt wahrscheinlich diese woche in den shop rein wenn schon in der sammlung verfügbar ist der anstifter ist im moment noch drin sollte man sich holen der ist eigentlich nice eigentlich was kopfschaden angeht auf jeden fall also wer jetzt wirklich jedes ziel spannend noch mal spannend hält bis dieses rote leucht kommt der wird viel spaß am kopfschaden einzelner gegner haben und da da man 0 wenn man die hier hat die steinherz fahrer hat im treffen bogen zerspütern pfeile in richtungen und machen 60 prozent schaden weiften Huhn namen zielen ab also das heißt äh wenn man die im team hat äh dann kann man eigentlich jeden bogen richtig perfekt spielen weil ihr dann gelegene ziele macht noch mal 60 prozent schaden ist auf jeden fall drin und gibt es in den aufträgen noch etwas was mich ein bisschen verwundert hat auf den letzten drücker das gab schon mal letztes jahr erkunden 3 3 mal eine 5er zone kriegst 6000 hdp 4000 überleben skizzen in so ein phasen hier kriegt man so 20 reiner regentropfen hier 300 gold ich weiß noch wie letztes jahr war ich bis phase 10 kriegt man schatz bis hoch zum schatz ich glaube irgendwie 200 reiner regentropfen also es lohnt sich auf jeden fall diese aufgaben zu machen und gold kriegt man am ende halt erheblich viel dann letztes jahr war das so dass es noch diese 5000 grenze gab und jetzt da ist er nicht die grenze gibt da man sich das alles schön ordentlich reinhauen weil ich denke mal für jeden die das brauchen ist es echt schmackhaft 300 gold schon mal und steigert steigert sich und das braucht man ja wenn man sich hier den schlachten und jonesy holen wohl den wukong den liebes ranger jonesy die luxe kassandra sich wohl denn eigentlich alle die jetzt gerade drin sind den bogen auf jeden fall noch mal holen liebes lied herzenbrecher würde ich nicht empfehlen lebende legendär überleben ist immer wichtig waffenlager slots braucht man immer weil dann kann man halt mehr skizzen und zu tragen ich habe jetzt 2160 waffenlager slots und sie jede woche kommt ja auch immer eine neue waffe rein die kosten 1680 oder man hält aber der land hat eine ehen event shop und ja dann ist dass ich legendäre kraftquellen können wir gebrauchen hier kriegt man auch waffenlager slots sind zehn stück und halt diese konto ressourcen auch vorteil fix und so das kommt man da kommt schon eine menge gold zusammen ich denke mal so 5000 gold in der woche für den shop alleine schon und dann wenn man sich halt hier noch die event sachen holen will kommt man schon bei 50.000 rum also es ist gut wenn diese aufgaben da drin sind wo man die auch macht auf den letzten drücker erwartet jetzt aber nicht dass es mal das ist dabei wie bugs gibt es gibt es leider nicht wäre schön hätte ich mir jetzt echt gedacht ja wäre schön wenn es kommen würde aber leider nicht so was er rein machen könnten ist ich glaube ihr habt das schon noch mit helft bei sturm schild phase 21 bis 30 wenn das kommen würde dann würde man noch mal wie die box bekommen und ich glaube auch spaß im imitator ansonsten ja da lohnt sich auch mal wieder ein bisschen rette die welt zu fahren also dass das sollte hier kein problem sind das kriegt man alles von alleine ein bisschen zockt und der live stream dazu kommt auch gleich wir haben jetzt 11 uhr mit ok